was ist da oben leuchtet irgendwas rot einen schönen speicherpunkt speicherpunkt heißt natürlich auch nichts gutes bei einem heißt das immer achtung viele gegner ich habe was gehört ich habe was gehört jawohl da ist auch noch eine ich tippe mal ob dieser plattform ist auch noch eine ich suche immer alles mit dem visier ab kann man hier irgendwie lichter ausschließen ich hätte das wissen sollen ich habe es noch nicht ich habe es noch nicht Was interessiert den gar nicht, ey? Also es war ein Zivilist, aber ich glaube, in diesem Abschnitt gibt es keine Zivilisten mehr. Hier oben wird doch keiner mehr sein, oder? Das finde ich auch übrigens besser als bei Splinter Cell. Da kann man die Lichter viel cooler ausknipsen. Drohne. Da oben. Drohne. Noch eine? Ja, da. Da ist auch noch eine. Wo ist er denn genau? Da. Mal alles ein bisschen vorbereiten. Shit. 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 Friss Kiste. Ja, natürlich. Schieß einfach daneben. Mein Gott. So. Ach, Mann. Habe ich als Reflex schon überall nach diesen Dingern suche? Ich wollte eigentlich gar nicht nach denen suchen. Ich habe sowas gehört. Irgendwas gehört. Okay, Speicherpunkt. Also die legen sich jetzt hier echt drauf an. Hm. Muss ich mir nur ein bisschen gucken gehen. Puh. Oh Gott. Fuck. Was haben wir denn hier? Da ist ja auch noch eine. Mhm. Ich glaube, die habe ich auch noch nie gefunden. Aber pscht. Nee, da ich dieses Spiel hier nicht ganz so oft gespielt habe, habe ich hier auch noch nie nach allem gesucht. So wirklich. Äh, hier Escape from Butcher Bay habe ich ja echt gesuchtet. Also das war ja echt übel. Heilung. Naja, wir wollen ja mal nichts verschwenden. Wenn schon eine Heilung da ist, dann kann ich mir ja auch den einen Punkt noch geben lassen. So. So. Ich glaube, ich musste hier hoch. Ah, jetzt ist wieder hier so ein extrem ruhiger Abschnitt. Das macht mir manchmal noch mehr Angst, als diese... ...als wenn diese Horden von Gegnern kommen. Einmal, weil du immer hochgeschreckt wirst, falls doch noch irgendwo einer lebt oder so. Munition ist recht voll, da ich die ganze Zeit mit der Skargun kämpfe. Wo war denn jetzt dieser Computer? War der hier? Natürlich. Der Speicherpunkt, da ist nichts Gutes. Ah, da ist auch einer. Das wird wahrscheinlich nicht der einzige sein. Waren das wirklich alle? Nur zwei? Beziehungsweise der eine noch? Zeit zu sterben. Naja, von wegen. Munition. So. Ach, schöne kleine Falle vorbereitet, was? Hast du dir so gedacht? Schwachmat. Das ist auch noch eins. Oder? Da ist es. Weiter. Hm. Wir kommen immer tiefer in dieses... Was ist das eigentlich? Ein Bunker? Hm. Starport. Das klingt schon mal gut. Wir kommen also immer näher an die Aetina heran. Wir brauchen die Zeit. Was ist das? Ich weiß doch, dass hier ein Gegner ist. Hier muss einfach einer sein. Ich sehe keinen. Trotzdem vorsichtig. Was ist das? Ich weiß, dass hier welche sind. Ich weiß es einfach. Das ist nämlich ein Ambush. Es ist Dying-Time! Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Was halten die denn aus? WTF? Jetzt habe ich keine Muni mehr. Jedenfalls nicht für die. Oder? Ich müsste noch Munition haben. Hier lädt der nicht nach. Ach, er war nachladen. Da ist doch einer. es gibt bestimmt noch mehr schon mal vorbereitungen treffen ich habe schon gesehen was ich machen muss beziehungsweise kann ich mich auch noch daran erinnern wieder falsche taste genommen sehr offensichtlich speicherpunkt ist immer schön ich habe das gehört sind schon wieder diese kleinen spinnchen sagte ich nicht ich habe das Oh Gott, da möchte man lieber nicht runterfallen. Hier könnte man auch noch runter, da gibt es auch irgendwo eine Bonuskarte, ich weiß nicht genau wo die liegt, irgendwo auf den Rohren glaube ich, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wann da her lassen wir das, ich glaube hier irgendwo runter, ich weiß es gar nicht mehr, oder? So. Jetzt will ich ganz kurz eine andere Waffe. Nein! Was, was war das denn? Nein! Nein! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Danke.